Toni Kroos Das wird gefährlich, es gibt Freistoß Gute Chance jetzt natürlich bei diesem Freistoß Und ein Esser, was für ein Freistoß Was war das für eine Aktion, alles richtig gemacht Da zeigt er seine ganze Klasse, eine Superszene Ein klasse Freistoß, da hat alles gepasst, kann man wohl sagen Da war nicht viel zu halten